So, also hallo liebe Leute zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. So, jetzt sehen wir uns und ihr seht mich auch mal hier schön in der Spiegelung. Ja, willkommen zu einem weiteren Video. Wir ziehen jetzt hier uns gerade fertig an und dann, ja, wir nutzen ein bisschen das einigermaßen gute Wetter. So ganz der goldene Herbsttag, wie es angesagt war, ist es jetzt heute nicht, aber immerhin regnet es nicht. Das langt auf jeden Fall für eine Runde Motorradfahren. Und das machen wir heute. Wir waren jetzt hier schon ein bisschen unterwegs. Jetzt sind wir hier gleich bei einer Autobahn mit unbegrenzter Fahrer. Da fahren wir jetzt mal ein bisschen drauf und gucken, ja, was so geht, wie viel los ist. Und genau, machen ein bisschen Autobahnfahrt. Und danach vielleicht, dann ist ja auch der Motor, ist wahrscheinlich eh schon warm, aber nochmal richtig warm. Dann vielleicht auch noch einen kleinen Soundcheck. Schauen wir mal. Jetzt gucken wir erstmal, was auf der Autobahn so los ist. Also, los geht's, Leute. So, gucken wir mal, ob alles verstaut ist. So, so. Kamera hält hoffentlich. Dann gucken wir gleich mal, was los ist. Ah ja, das schaut nicht schlecht aus, oder? Kann sich's sehen lassen. Ja, das schaut nicht mal, was los ist. Hui, sah irgendwie aus wie so eine alte Polizeimaschine oder so. Hallo Herr GS-Fahrer, sehr ordentlich. Ah, ist schon ein bisschen was, ja doch, ist schon ein bisschen was los. Schauen wir mal. Jo, dann probieren wir mal die andere Seite, würde ich sagen. Okay, na. Ja. 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 Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020